Hallo liebe Gäste und ganz herzlich willkommen auf MS Amadea. Schön, dass Sie sich für unsere Kabinen interessieren. Ich bin hier in der Kabine 506 auf dem Naturendeck der MS Amadea und Sie können sich hier gerne in unserem 360 Grad Video umschauen. Vielleicht sehen wir uns ja bald. Untertitelung. BR 2018